ComStage, die ETF-Plattform der Commerzbank, präsentiert die ETF-Meisterschaft. Erkunden Sie spielerisch die Welt der börsengehandelten Indexfonds und beweisen Sie ab dem 22. März Ihr Können. Gewinnen Sie eine 10-tägige Reise nach Südafrika, einen Samsung-LED-Flatscreen oder einen von 20 Adidas-Fußbällen, handsigniert von Michael Ballack. Unterstützt von renommierten Partnern. Melden Sie sich jetzt an unter www.etf-meisterschaft.com www.etf-meisterschaft.com